recht herzlich willkommen zur 17 folge glaube von faktorio ja wir sind drinnen im spiel und wollten hier dieses chaos irgendwie umbauen und ja aber was war das was wir umbauen wollen gute frage also erstmal ein bisschen aufräumen und das habe ich schon mal gelernt dass man da mit der f-taste das alles aufheben kann und hier liegt auch noch was rum das nehmen wir auch mal weg und dann passt das so und dann noch mal relatives chaos hier auch da unten bauen wir jetzt eisen ab und uns fehlt hier noch metallplatten was macht er braucht er denn jetzt hier eigentlich rein also er macht jetzt gerade kupferdraht ok was macht er denn hier oder die da werden metallplatten auf jeden fall gemacht und da kopfer platten ok der ist voll also der müsste eigentlich da ablegen aber kann er irgendwie nicht ok haben wir haben was mit dann packen was haben wir da rein oder macht er jetzt aber gerade nicht oder wie oder kupfer nachgelegt hat alles klar jetzt macht er aber auf jeden fall wieder metallplatten alle öfen laufen gerade was ist da drinnen auch gott da sind bänder drinnen und zahnräder und mass schöne die brauchen wir ja woanders warum die jetzt da drinnen sind weiß ich nicht aber ist halt so ne nehmen wir die male mit und dann kann man die kiste mitnehmen oder ok ist da auch mitgenommen das war gut war draht genau und dann empfiehlt gerade da und hier sind roboter gefragt auch keine da wenn da gibt es genug warum gerade mal rein hier geht es um zahnräder die nicht gebaut werden können aber wir haben ja gerade ein paar hier fehlen auch zahnräder kann man etwas nachlegen und kupfer haben wir auch noch gut läuft wieder so tier jetzt auch an zahnrädern aber da ist ja nicht schlimm dafür ein roboter die immer allerdings nicht hier für den elektro teile die haben wir auch nicht werden hier produziert und da fehlen aber eisenplatten wird läuft jetzt kommen überall zahnräder vorbei wie man gerade sieht ein raus ein aus und hier fehlen rote tränke momentan die würden hier fabriziert werden kommen aber gerade nicht da so rum das innere band ist so voll dass es nicht funktioniert oder wie also der ist ja fürs befüllen den nehme ich jetzt mal weg und den baue ich mal dahin weil ich will es jetzt umbauen das war einer daneben hallo jetzt habe ich was falsch gemacht da liegt auch noch einer wenn ich jetzt wüsste ne ich möchte hier raus machen passt da eigentlich funktioniert nach dass dieser stein im weg geht also auch wieder nicht der setzt ab die sind die auch an der falschen stelle gebaut dann würde ich sagen machen wir doch den denn nimmt man mal dahin da war jetzt falsch genau und der sitzt ab aber den lassen wir da oben sitzen und der kommt so da eigentlich dann ja ja jetzt kein strom ist nicht schlimm und dann möchte ich aber hier da war falsch so richtig den so bauen ok so passt es erstmal so aber hier muss ein verteiler hin habe ich noch ein nein dann bauen wir ein so sollte hier eigentlich erscheinen so jetzt machen wir das förderband so hin und jetzt geht es wieder passt und jetzt brauchen wir hier noch strom keiner da jetzt hat er strom und jetzt läuft es auch oder wie auch da unten fehlt nur einer da müssen wir jetzt runter laufen so jetzt geht es der kommt auch da rein und wunderbar genauso sollte es sein und jetzt läuft das da auch nur noch die grünen tränke dann so und da jetzt mal die rein und dann können wir dort auch ein hinsetzen dass er rein gefördert erst mal so der befüllt ja nimmt er da auch was weg ach so die laufen von alleine zurzeit er ist durchgelaufen keiner hat genommen aber wahrscheinlich sind da genug drinnen das kann wohl sein ok so der setzt ab bei dem kommt jetzt gar nichts vorbei auch nicht ideal der bastelt und das geht sogar ok der braucht roboter wo werden die roboter hergestellt bitteschön da ok da fehlen jetzt elektroteile die werden hier unten produziert die produktion läuft auch hier sind welche am wandern da ist das erste gut frage wann er da vorbeikommen da nicht sondern hier unten war das da oben ist ein elektrotein den da hinzusetzen und dann vielleicht auch nicht gut da kommt jetzt ein elektrotein hier runter aber ob das hier lang läuft das ist noch die nächste frage jetzt kommt es auf jeden fall ich frage ob es hier lang läuft oder da es kommt sogar hier lang und da ist es auch genommen worden und dann kam der roboter darauf gelegt cool ja produktion läuft dann etwas besser da kommt das nächste elektrotein vorbei und das läuft bestimmt dann hier lang 50 prozentige chance was sagt er denn hier alarm vier türme sind in einem kampf verwickelt schau mal die karte für weitere informationen ja das ist jetzt hier vorbei gehuscht da kommt aber noch eins und die sind jetzt ganz viele unterwegs hoffen dass das jetzt nach rechts rüber geschoben wird ne auch nicht schade da kommt aber das nächste schon und das geht geradeaus wahrscheinlich auch ne ist rechts rum und wurde auch abgenommen alles klar und dann ist der nächste roboter fertig geworden alles gut so was fehlt uns denn jetzt fehlen uns die grünen tränke natürlich ne beiden auf beiden da werden die teile gemacht da werden das gemacht wo produzieren wir denn jetzt hier tränke da da fehlen die roboter alles klar die sind aber auch auf dem weg dann dahin ah der kupferdraht fehlt da da haben wir noch fünf dann legen wir die da mal rein so alles gut läuft voll vier passt erstmal oder alles nicht das was wir brauchen auch nicht auch nicht die kiste ist leer bauen wir ab und da sind vier roboter die nehmen wir mal raus und schmeißen die wo kam die denn jetzt hin ne da waren rote da sind die grünen so da produzieren wir jetzt grüne flasche da da ist ja schon mal was ne wo ist jetzt die grüne flasche da die kommt ja gleich hier vorbei mal gucken ob die gegriffen wird ne produktion läuft auf jeden fall besser das ist jetzt auf der letzten schleife hier da noch eine kurve und dann geht schon voran ich will jetzt hoffen dass es genommen wird ne da kommt sie und hat er genommen jetzt geht es voran hier war auch nicht wirklich ne war jetzt nur minimal aber da kommt schon die nächste grüne guck auch genau da ist noch eine gut das heißt die produktion müsste jetzt einigermaßen laufen ne ja ja super dann sind da so viele drinnen ok noch einer reingekommen läuft auf jeden fall gut ok aber die folge ist schon wieder weit fortgeschritten dann würde ich sagen recht herzlichen dank fürs zuschauen und ich würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss so geht so ich du w w w w Vielen Dank.